Jetzt wissen wir endlich, was ein professioneller Tapetenabreißer in seiner Freizeit macht. Macht nichts, sagte sich auch folgende Mieze, die ihre Katze statt zum Hundefriseur zum Pferdemetzger brachte. Genau wie bei unseren Tieren. Auf den Hund gekommen war Architekt Armin schon lange. Nur beim Pfötchen geben gibt's noch Probleme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017